Der Blutzuckerspiegel ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, weshalb ich auch schon immer wieder erklärt habe, was passiert, wenn man eben Zucker oder Weißmehl isst, was passiert mit dem Blutzuckerspiegel, der schießt hoch, der schießt wieder runter und das ist genau das, was wir nicht wollen, sowohl für die Gesundheit als auch fürs Abnehmen, als auch um einfach von dem Zucker loszukommen, wollen wir eigentlich einen möglichst gleichmäßigen Blutzuckerspiegel, der eben auch nicht zu hoch ist. Und genau da hatten wir uns mal die Gedanken bei Flora Nutris gemacht, wie können wir das zum Beispiel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Pflanzenextrakten vielleicht unterstützen und haben ein ganz, ganz tolles Produkt entwickelt und zwar Glycobalance. Wenn du also magst, probiere das mal für 30 Tage aus, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte der ganzen Challenge noch so einen kleinen Booster geben, möchte das Ganze ein bisschen effektiver haben, dann teste das Ganze mal, denn hier haben wir drin Berberin, Schwarzpfefferextrakt, Zimtrindenextrakt, und Chrom. Und zum Beispiel Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei. Das heißt, das ganze Produkt ist wirklich vom Grundgedanken her, um zu sagen, hey, wir brauchen einen konstanten Blutzuckerspiegel, wir wollen nicht diese Ausschläge haben, dass wir einmal einen sehr hohen und dann wieder einen runtergefallenen Blutzuckerspiegel haben. Deswegen, wenn du sagst, hey, die Challenge läuft bis jetzt gut, könnte aber noch besser laufen, ich will noch besseren Effekt draus haben, teste doch mal Glycobalance für 30 Tage, einfach bei uns im Shop floranutris.de.